So, echt schöne Berge. Wir sind wieder unterwegs am 27.10. von Emenda mit der Bahn hoch und jetzt geht es auf den Guffelstock. Ja schön, wir sind am Wandern. Hast du einen Schluck auf? Da sind wir in der Sonne. Eine super schöne Aussicht hier. Super toll. Richtig klasse. Ja, das ist doch mal schön, das Wetter. Sie schläft. Schon länger jetzt. Und ja, super schön. Schöner See. Und hier ist schon wieder der nächste. Schon ganz leicht zugefroren. Also, es ist schon in der Sonne warm. Und ja, ich schläft doch. Schön zu wandern. Ja, wir haben schon 730 Höhenmitte. Also wir sind echt schnell gewesen. Wunderschön hier. Wunderschön. Hier so rote Platten. Steine. Ja, jetzt geht es hier so rechts hoch. Ja. Schon 841 Höhenmeter. Traumhaft. Und sie schläft immer noch. Schön. Hier riecht noch einiges an Schnee. Super schön. Hier riecht noch einiges an Schnee. Super schön. Hat schon in Schnee gepinkelt. Ja, ne? Ja, ne? Wart was? Tüßt du Brot? Ja. Und gut markiert hier. Alte Markierung und neue. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind oben auf dem Guffelstock. Ein zufriedenes Hicksebaby. Letzten Meter. Ja. Wir haben es geschafft. Schön hier. Schön. Super schön. Ja, wir haben 988 Höhenmeter. Wir sind auf 2445 laut meiner Uhr. 2436 Meter. Hallo. Ist es toll? Was ist das denn? Ein Schild? Jetzt sind wir auf dem nächsten Gipfel. Oder da vorne. Ich weiß nicht welcher Punkt höher ist. Ich muss gleich mal gucken, ob der Gipfel high ist. Ob das der höchste war. Mal schauen. Auf jeden Fall ein super schöner Gratweg. Aber ziemlich breit. Und auf der Nordflanke ein paar Schneereste. Ja, schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Die Spuren. Sieht irgendwie aus wie Menschenspuren. Aber die können ja nicht lang sein. Also können schon. Ja. So geht der Weg. Bleibt ein bisschen vorsichtig. Aber geht gut. Sehr schön hier. Sehr schön. Ja, schön. So, das könnte schon der nächste Gipfel sein. Der Klee Höch. Ja, könnte passen. Von dort kommen wir. Vom Guffelstock über Höch. Klee Höch. Und hier sind wir auf dem Heustock. Und da geht es auf ein schwarz Stöckli. Und da hinten sind wir gekommen. Also von hier sieht es aus, als liegt da echt wie Schnee. Und das wäre jetzt nicht machbar. Aber es war machbar. Und das ist auch an der anderen Seite. Und hier ist jetzt schwarz Stöckli. Gipfelkreuz. Ja, super schön hier. Schwarz Stöckli. Und sie ist aufgewacht. Hat Durst. Zum ersten Mal. Oh. Wir sind jetzt fünfeinhalb Stunden. Mit trockener Windel. Super hat das geklappt, ne? Ja. Super hier klettern am Fels. Wir sind auf dem schwarz Stöckli. Ja. Schön ist es hier, ne? Ja, das klappt gut. Aha. Hallo. Spielen. 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 Spielen Hallo Cora! Hallo Cora. Wunderschön hier rot am Rötter Pass. Da ist noch Kalk und hier auch und dann wird es rot. Ich fühle mich gerade fast, dieses Rot erinnert mich echt an Portugal. Voll schön, als ich da wandern war. Süd-Portugal, Fischer Trail an der Kiste. Ja schön, traumhaft hier. Und was machst du? Spielst du mit Mamas Haaren? Ja? Spielst du mit Mamas Haaren? Ja Cora? Ja. Und da der Bodensee im Nebel. Es ist ein Traum heute, wirklich. Traumhaftes Wetter, traumhafte Berge, traumhaftes Kind, traumhafte Mama. Soll ich auch mal sagen. Ah, schön. So schön. Wunderschön, der Rotat. Und jetzt geht es hier runter. Noch eine gute Stunde. Wenn man hier ranzoomen würde, sieht man da die Eissapfen. Voll schön. Also frisch muss es doch noch sein, da wo keine Sonne hinkommt. Aber hier ist es auf jeden Fall echt warm in der Sonne. Super schön. Traumhafte Landschaft hier. So schön. Vielleicht geht es noch durch den Wald. Ja Cora, wie war die Wanderung? Wie war die Wanderung? Schön, ne? Sechs Stunden, 40 und 1200 Höhenmeter. Ja, super schön. Sind wir gleich zurück. Haben wir bald. Cool da oben? Wie war's? Fremd sich. War schön, ne? War so eine schöne Tour. Wie war's?